Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sekiro Shadows Die Twice Wir versuchen in dieser Folge Jutsu den Trinker Das wird eh was werden Das ist ein bisschen der Schöne richten Das ist ein bisschen der Schöne richten Oida Das ist ein bisschen der Schöne richten Definitiv nicht der Plan des Termins Der Plan des Termins Der Plan des Termins Da spülen die Mechanik aus. Na, hat nicht ganz so funktioniert wie ich gehofft habe. Muss ich ehrlich sagen. So, wir haben hier alles. Fertig, was? Oh, der hat mich jetzt wieder gelöst. So, ... ... ... ... ... ... Oh, tsch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Okay, aber so könnte ich gehen, ja. Aber so könnte es gehen. So könnte es gehen. Gut. Jetzt probiere ich mal was ganz anderes. Oh, fuck. Oh, fuck. Lauf, 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 lauf. So, um, gehen wir mal alles. Oh, das ist es. Geh, Geh! Gut. Gut. Ich bin gleich wieder da, Entschuldigung Leute. Gut. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ein paar Sekunden. Und zwar jetzt. Wir haben das überstanden und verfolgt keiner mehr. Ich versuche wieder, dass ich die da drüben mache. Ich will wieder alle anderen machen. Diesmal werde ich dann aber schauen, dass ich den Dicken zuerst nämlich ab... Ich werde es schaffen, den Dicken zuerst zu entkommen, um ihn nachher von hinten mal eins reinzudrücken. Weil dann könnte ich... Dann hätte ich nämlich von Haus aus schon mal einen Punkt... Ich werde es mal weg. So, jetzt kommt du mal her. So. Ah, das wollte könnte ich nicht. Ich werde es mal weg. 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 Ah. Was ist das? Ach Gott. Gut. Wo ist er denn? Jetzt hoffe ich, dass sich das so ausgeht, wie ich will. Wo ist er denn? 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 Wo ist er denn da hinten schießt? Das ist mir gerade herzlich egal. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Das war's für heute. So. Da, da, da. Jetzt reden wir mit der... ...damit der Heul. Okay. 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 Kunnen wir uns in den nächsten Folgen. Ja, gut. Gut, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Servus und Baba.